Was geht ab Leute, Hong hier mit am Start. Chong der Game Master, der nachdenkliche Bargisch. Harte Zeiten kommen auf uns zu. Wir haben gerade ein bisschen gezockt mit den Nachbarn. Eine kleine Übungsrunde. Chong hat seinen Grad noch klasse gemacht. Es wird echt richtig krass abgehen Leute. Ich zeig euch mal was wir... ist noch nicht alles angekommen, aber hier schon ein bisschen was für die Streaming-Ecke dann. Dann haben wir noch das hier. Ich habe keine Essenspause. Chong hat leider falsch bestellt, also er hat sich richtig abgeschützt. Wir haben uns jetzt etwas geteilt, das hätte eigentlich einer essen sollen. Aber was passiert? Barsch hat gut bestellt. Der geht erstmal saftig chancen und dann gönnt er sich. So, schauen wir mal. Aber Brot sieht gut aus. Besen geht auch gut aus. Mit Zudruck. Ich meine, das sieht eigentlich schon krass aus. Der Bagger war besser als wir gekocht haben. Als wir gekocht haben, oh mein Gott von Frank, äh von Oskar. Der Bagger war besser. Der Bagger war frisch, aber schauen wir mal. Schreibt in die Kommentare Leute, ob ihr Süßkartoffeln feiert. Wir haben eigentlich vorhin noch darüber geredet, dass wir Süßkartoffeln nicht feiern. Und welche Pommes kriegen wir? Genau, Süßkartoffeln. Richtig erwarscht. Oh mein Gott, Mühltag Leute, Mühltag. Es gibt sogar wirklich so einen Dings. Laune, sei ehrlich. Ja, du musst halt so ein... Es gibt ja dieses... Zum Beispiel das Hauptsystem von dieser Firma ist halt dieses Punkt, 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 wegen Kamerais. Ja, und da musst du halt... Ja, okay, ich kaufe es. Und das kostet der Firma Geld, wenn du dich anmeldenst. Oh mein Gott, wir haben noch eine Box Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Boxy, Boxy. Einer Tati. Ich freue mich eher auf die Box, dass du mich dabei bist. Oh mein Gott. Ich hoffe, da ist eine Joker-Decke drin. Ja, ich nehme die nächste. Scheißegal. Jetzt die Joker-Decke ist. Link ist unter der Beschreibung. Hörst du Schreibt, Leute. Kingsbox. Von? Kingsloot. Von Kingsloot. 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 Kurz geht raus. Oh mein Gott, wie krass. Was ist das? Star Wars. Kissen, oder? Ein R2-D2-Kissen. Einer. Wie krass. Alter. Schaut doch, wie krass das ist. Keine Ahnung. Wie gebackt er? Scheiße, Alter. Was ist denn das? Portal 2? Ja, was ist das? Ich weiß nicht mal, was das ist. Portal 2 ist ein Spiel. Das weiß ich. Da ist eine Figur drin. Kingsloot Sticker. Oh mein Gott. Wir haben was mit Joker. Aber es ist keine Decke. Oh mein Gott. Das Tati ist grüß. Das ist echt wieder Joker. Ey, es ist meine Krüße. Oh mein Gott. Er schaut klein aus. Ist doch für ein Mädchen. Ist doch für eine Frau. Ist doch für eine Frau. Ist eigentlich immer ich Frau. Schau es doch. Achso, jetzt halt. Obwohl ich bin fett geworden. Pati, keine Chance finde ich, Mann. Jokers Sticker. Passend zum Shit-T-Shirt. Ein Batman-Untersetzer. Oh mein Gott. So eine Figur ist das. Fottel 2. Keine Darksiders Mütze. Alter, meine Mütze. Perfekt für das Fette für diese Woche. Und ein Schokoriegel. Oh mein Gott. Wunderbar, Alter. Das ist ein überkrasser, seltener, limitierter Regeln. Könnt man den? Ja. Ja, wunderbar. 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 Wird hier nicht wunderbar? Leute, müsst ihr den probieren. Das ist klar. Alter, krass. Das ist hier auch wunderbar nicht. Kennst du gut? Ich nehme mir schon meinen Anteil schnell. Ja, nehme ich. Dann würde ich den Schatz aus und dann finde ich es. Wir sind on camera, Mann. Was passiert hier? Warum geht das Licht aus, ey? Direkt. Wie wird ein Türkdinger gewesen? Es ist ja vor 18. Direkt wegen dir. Die Jungs suchen sich ein paar Sachen aus von den alten Boxen, die wir immer bekommen haben. Kurz geglost. Tati hat sich letztens schon die besten Sachen geschnappt. Ja, Mann. Tati, du Ratte. Aber Baris hat etwas entdeckt, was seine Interesse gibt. Der goldene Schnaps, Leute. Like, mit Koppel. So. Oha. Sie hat die Tür aufbekommen. Aufmachen, Mann. Hey. Ja, Loki-Con Krawatte, Mann. Ich sehe. Wo ist die Krawatte da rausgekommen? Ja, da ist es. Oh mein Gott. Tati, du hast etwas vergessen. Die Loki-Con Krawatte. Das versteht dir echt gar nicht, John. Oh Gott. Für die Gameshow, Mann. Für die Gameshow. Das ist ein Gameshow-Master-Outfit. Oh mein Gott. Mit Loki-Con, Mann. Oder was? Fütze schmeißen? Zeig mal ganz gut. Oh mein Gott. Wie geil ist das, bitte? Ganz ehrlich, wie cool ist das bei so einem wichtigen Geschäft, dass du so mit Donky-Con Krawatte geschützt doch genial. Das ist doch perfekt. Mit Donky-Con wäre so endlustig. Oh, der erkannt Krawatte. Krass. Das kann ich empfehlen. Ich kann es auch nicht mehr. Ich muss immer YouTube-Videos schauen. Schau, wie lustig das wäre. Ich komme so mit Donky-Con. Ich muss weiterziehen. Weiterziehen noch. Das ist noch falsch. Ja, ich lasse es. Jetzt zieh mal noch ein bisschen weiter. Das ist halt zu kurz. Ah ja, du hast verkauft bis hin den Griff. Die Krawatte ist dann allgemein schon ziemlich klein. Aber jetzt lustig. Ja, aber die sind symmetrisch. Schau mal, die ist schief. Ja, die haben es schief gemacht. Schau mal hier. Der unten. Das Zeichen ist geil. Das Zeichen sowas. Ganz klar. Ne, aber was los? Nettlich nicht Donky-Con, Nettlich. Drift King. Ja, man. Tokio Drift immer noch Beste. DK, Alter. Seid ihr fertig mit dem Plündern? Ja. Ja, Mann. Ich hab einen. Pop-up. Fürs Handy. Gönn dir. Und ne Krawatte. Und so, wie kommt die Geld schon. Ich hab eben mega geile. Die ich wahrscheinlich eh nicht anziehen werde, aber okay. Beste Serie aller Zeiten. Für mich echt Latein. Game of Thrones. Harry Potter. Der goldene Schnatz. Was ist das hier? Wenn das Bild gerade wackelt, wundert euch nicht. Ich sitze auf meinem Massage-Hitze-Stuhl. Ein Puzzle, glaube ich. Ein 3D-Puzzle. Oh, das ist ein 3D-Puzzle. Was sind so die Pläne? Die kommende Woche für uns. Was steht so an, Jungs? Gell. Ich bin ready für alles. Gell. Du gehörst auch dazu. Das brauchst du auch. Ja, ich bin echt. Du wärst mit uns selbst beschäftigt. Schau mal. Gell. Ich bin ready für alles. Salz und Pfeffer. Außer das nicht. Erst Updates. Ich habe ein bisschen Sonderstellung. Es ist echt zu viel. Ich musste nach Hause. Ich habe in der Circle und so nicht mal geschaut. Ja, Mann. Es ist echt viel, Mann. Es ist echt nur Nachrichten von Badischem. Es ist morgen auch schon mal. Du solltest bestimmt. Es sind allein jetzt schon 3x2 Stunden Videos. Es ist echt krass, Mann. Aber ich freue mich drauf. Ernst. Ich schwör. Es ist echt krass. Ja, wenn du Spaß hast. Ja. Alles gut. Ich habe vielleicht ein bisschen Sonderstellung. Ein bisschen Ausgleich hier. Damit du nicht komplett da versinkst. Ja. Und echt Pokémon. Perfekter Ausgleich. Bisschen Yu-Gi-Oh-Plan und so. Es ist gerade wunderschön. Nur noch das Fett muss weg. Ja. Nur noch Gym öffnet. Oh mein Gott. Dann geht's Amorego. Faltkott Monster Hunter aus. 26. Oh mein Gott. Bist du dann weg? Dann bin ich weg. Oh mein Gott. Ansonsten. Show-Update. Gaming ist, glaube ich, ready. Verringern. Hast du nicht? Ja, habe ich schon gezeigt. Ansonsten. Setup aufbauen. Wir haben ein paar Sachen. Richtig schwer sogar. Ich schwöre. Richtig geile Sache. Jeder weiß, ich bin tollpatschig. Deswegen wurde ich schon dreimal vermag. Sehr vorsichtig. Die sind schwer, man. Ja, man. Richtiger Arschies. So unglaublich, wie schwer es ist. Kann man sich echt gar nicht vorstellen. Richtig geil. Hier mit Kameras. Richtig gut Setups. Jetzt endlich aus dem Haufen von uns TBT passiert was oder nicht? Das war doch lange Jahre. Das ist eigentlich immer der Gesichtspieler so. Oh mein Gott, die Jungs tot und so. Weißt du nicht? Ihr seid immer noch tot, Alter. Nein, jetzt läuft doch mal nicht. Jetzt läuft's. Oder nicht? Technische Redenz-Rootball. Was ist los mit euch, Mann? Ja, okay. Jungs, ey. Insgesamt wieder technisch. Er bringt immer die Stimmung, Alter.